Was geht ab, meine lieben Freunde, willkommen zurück hier zu einem neuen Video. Erst einmal möchte ich nochmal natürlich, so wie ich es eigentlich in jedem Video mache, meistens am Ende, deswegen mache ich es jetzt lieber am Anfang, den Simon grüßen, der Ehrenbräu auf Patreon, der dort bis jetzt am heftigsten unterstützt. Wenn ihr noch auf Patreon irgendwie was machen wollt oder so, dann schaut doch mal gerne vorbei. Denn dort könnt ihr euch auch Videos wünschen, bedeutet, wenn ihr unbedingt wollt, dass ich mir dieses eine Video ansehe und meine Meinung dazu abgebe, über den könnt ihr mir das da gerne schreiben und dann werde ich das auch tun. Ja, das wird erst einmal gewesen sein, Leute. Jetzt aber das Video, worauf viele gewartet haben, wo sie sich auch viel darauf gefreut haben, was mich selbst sehr gefreut hat, weil das Video von Logan kam recht gut an. Es hat nur ein paar Dislags bekommen, aufgrund meiner Meinung, dass ich bei dem Fight, der jetzt ist, für Logan bin. Ja, verstehe ich nicht ganz warum. Also ich kann verstehen, dass viele Leute ihn nicht mögen. Und es ist auch richtig, ihn zu kritisieren für das, was er gemacht hat in der Vergangenheit. Aber ich finde, wenn man jetzt nur Logan und KSI nebeneinander stellt, sehen die beide nicht unbedingt besser aus, so finde ich. Also von den negativen und positiven Sachen, meiner Meinung nach. Weil das Problem ist, dass die Sachen bei KSI haben nicht so Welle geschlagen. Also er hat zum Beispiel mal ein Video mit Casper Lee gemacht und da kam dann, ich glaube, tatsächlich seine minderjährige Schwester zur Sprache, wo KSI dann zwar aus Joke, mehr oder weniger, aber es war halt eigentlich ein Joke, gesagt hat, ja, die würde ich mir gerne mal gönnen und hat halt ganz viele sexistische Äußerungen über das Video gebracht. Auch wenn es nur aus Joke ist, ist es nicht besonders respektvoll gegenüber, wenn der Bruder direkt daneben sitzt und man so sexuelle Jokes gegenüber einer Minderjährigen macht, die auch noch seine Schwester ist. Also ich finde beide jetzt, ich habe mit beiden kein Problem. Ich finde, beide sind keine schlechte Menschen. Denn meiner Meinung nach sollte man vergeben, aber nicht vergessen. Also immer im Kopf behalten, wie sich die Menschen danach verändert haben. Ich finde, Logan hat sich nach dem Video, wie ich finde, wie gesagt, positiv verändert. Er, finde ich, hat auch versucht, sich zu bessern oder hat sich gebessert. Kommt meiner Meinung nach ehrlich rüber. Und ja, man sollte jetzt nicht wegen einer Sache irgendwie Leute irgendwie, ja, hassen oder verurteilen. Aber das muss jeder selbst für sich wissen. Deswegen nochmal das, Leute. Und wie gesagt, falls ihr für KSI seid oder keine Ahnung was, dann ist es völlig in Ordnung. Und nein, ich trage dieses Shirt nicht jeden Tag, Leute. Ich habe davon zwei und ja, den habe ich halt ab und zu mal an. So, random. Gut. Jetzt aber, wie gesagt, schauen wir rein bei KSI. On Point. Logan Paul, Diss Track. Und ja, ich habe auch verstanden, dass das alles nur Promo ist mit den Diss Tracks. Ich weiß, dass ich dich nicht wirklich dissen, Leute. Für wie dumm haltet ihr mich, Alter? Was denkt ihr denn, wie viele Grinser ich im Kopf habe? Da denkt ihr, oh, die haben jetzt wirklich ein hartes Problem miteinander. Ich freue mich einfach aufs Event und ich werde da leider auch keinen Livestream zu machen können. Ich habe mir überlegt, ob ich da irgendwie so das Kommentatorenmäßig irgendwie Livestream soll mit einer nice Show. Aber es wird mir leider aus internettechnischer Grund nicht gehen, weil ich, ja, ich habe versucht, so einen Livestream zu machen. So einen Test-Livestream habe ich mal gemacht, der nur auf Privat ist. Das kann man ganz gut machen. Und dann habe ich gesehen, dass es so schon laggt, ohne dass ich nebenbei noch einen anderen Livestream schaue. Von daher wird das eher nichts, Leute. So, genug gelabert jetzt, aber sechs Minuten, Alter, sechs Minuten. Äh, los geht's. Ey, er hat die Leute schon gut dargestellt. Das ist Manager, äh, Manager Jeff. Den haben wir hier, äh, Dwarf Mamba und Chloe Bennett. Ähm, ist ganz gut gemacht. Das ist so gut angegelt, Mann. Oder soll das, äh, Dings? Hat er noch als Managerin Lydia? Ich weiß es nicht, Leute. Als, äh, Assistant irgendwie. Ich, äh, habe lange nicht mehr vorbeigeguckt. Holy shit! Oh! Also man merkt auf jeden Fall, es ist direkt ein anderes Level. Also bei Musik ist ganz klar, äh, KSI weiter vorne. Ähm, nicht nur vom videotechnischen her, sondern auch einfach vom, ähm, musikalischen Aspekt her. Krass, bis jetzt. Oh, mächtig. Oh, mächtig. Hallo, JG. Pam, Alter, die Mom. Hey, I've been expecting you. Would you like a cookie? No, I'm good. Oh, Gott, Alter, wie creepy. Of course. You boys play nice now. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Episch, Digga. One to ten, the only numbers, add a medic. Boy, you about it, get it. Beat the mind and I'm a bitch and jump already. Boy, you about it, get it. Alter, auch hier allein diese, diese kleinen Anspielungen. Hier, Alyssa Violet. Ähm, wen hatten wir hier gerade noch? Genau, hier die Martinez-Twins und Jake. Also, das ist ganz cool gemacht, man. Also, diese kleinen Details, Alter. Heftig. Aber auch allein das Musikvideo. Das ist so wirklich auf einem amerikanischen... Ähm, ja, wie nennt man das? Ähm, ja, diese normalen Superstar-Videos halt. Wisst ihr, wie ich meine? Also, hier sieht es nicht aus wie so ein Musikvideo von einem YouTuber. Sondern schon echt krass. Auch mit Schauspielern, die teilweise echt so aussehen. Hier, dieser Typ, ich weiß nicht, wie er heißt. Der hat irgendwie so ein Lamborghini geschrottet. One to ten, the only numbers, then the medic. Boy, you body get it. Beat the minded out the bitch, then jump already. Boy, you body get it. Cross you out and turn the people empathetic. Boy, you body get it. Bloody for the hand of bars, the M.D. Kill em, nigga. Always hit em with a shot, I'm picking. Woah. Holy shit, kranker Flow, dig. Also, das muss man keines erlassen, wirklich. Also, die Tracks, die ich jetzt von ihm gehört habe, sind einfach echt heftig, man. Sind einfach echt heftig. Holy shit, man. Echt krass. Echt krass, man. Also, es fällt mir hier natürlich schwer, jede Zeile irgendwie zu verstehen, wenn ich tatsächlich manchmal im Deutschen schon nicht hinterherkomme mit dem Verstehen. Von daher tut es mir hier an dieser Stelle leid. Aber an sich, ähm, kranker Flow, man. Auf jeden Fall. KSI ist echt Rap-technisch ultra heftig, finde ich. Also wirklich. Ich habe mir damals auch seine Dis-Tracks echt gerne gegeben, ähm, gegen, äh, Sidemen. Das war ja auch nur so ein Fake-Beef. Ähm, ha, geil, man. Also wirklich. Auf musikalischer Ebene kann man sie beide schlecht vergleichen. Das ist Kale einfach, ähm, Welten. Welten vor, vor Logan. Ähm, aber ich finde tatsächlich, dass, äh, sie im Boxen recht ausgeglichen sind. Da bin ich halt echt gespannt drauf. Ich kann jetzt keinen klaren Sieger sagen. Ähm, ich würde sogar behaupten, dass Logan, ähm, einen kleinen Vorteil hat. Einfach, weil er schon, äh, jahrelang, äh, erfolgreich gerasselt hat. Ähm, deswegen bin ich halt echt, ich bin echt gespannt drauf, Leute. Ich werde vielleicht ein paar Tweets oder Instagram-Stories machen. Oder vielleicht kriege ich es ja doch noch mit dem Livestream hören. Ich versuche es noch, ähm, zu gucken. Aber ich möchte jetzt ungern noch was groß ankündigen, es starten und dann geht es nicht, weil der Livestream, äh, pausenlos laggt, wisst ihr? Ähm, geil! Oh, episch, was? Seine Lache, Digger! Episch! Geil, Mann! Also wirklich diese Horrorfilm-Optik hier und dieses Creepige... Och, Leute, also vielleicht, ähm, bin ich jetzt auch auf Scale-Side-Seite? Ne, wie gesagt, ich habe ja auch eine Clique-Case-Seite, ich schaue Case auch extrem gerne, deswegen. Geil, Mann! Wie glücklich er einfach ist, man merkt einfach, er hat Spaß dabei. Oh, sein Dad, Alter. Muss man sagen, Greg Paul ist echt irgendwie, ist irgendwie eine kleine Lachnummer, Leute, muss man auch ehrlich zugeben. Wow! Schank! Ich glaube, das mit dem Mädchen, was ich in den verbundenen Augen hatte, sollte darauf anspielen, dass, ähm, bei Jake in dem Video haben sie irgendwann mal so, wer ist der bessere Küsse gemacht? Und da hat eben auch der Vater von Jake, also Greg Paul, mitgemacht und dann haben die beide dasselbe Mädchen geküsst nacheinander und die war irgendwie 20 und Greg Paul ist 50. Kann man halten, ähm, kann man schon halten, was man möchte, Leute, ja. Oh, nice! Geil! Krank, also wirklich, wirklich ein krankes Musikvideo und ich finde auch echt ein richtig guter Song. Also den kann man sich auch so ganz gut geben, wisst ihr? Das ist von Logan, weil es ja wieder nur so auf Lachnummer gemacht, aber so serious gute Musik macht KSI, ähm, wirklich. Also ja, macht serious gute Musik findet man bei KSI und bei Logan halt eher so lustige Funny Tracks, die sich manchmal auch nicht schlecht einhören, aber das sind wirklich Welten, die dazwischen liegen. Episch, Digga! Geil, Mann. Auch die Effekte und alles, es ist alles richtig geil produziert. Oh, Leute! Er holt den Talos-Arm raus! Oh, 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 oh. Geil! Geil, Mann. Jetzt auch, wie er es hier symbolisiert hat, diese Kinder, die Logan denn in seinen Bann gezogen hat, wird ja oft so dargestellt irgendwie, dass diese ganzen Kinder so Sklaven sind oder, ja gut, Sklaven sind ein bisschen übertrieben, aber so ihm alles nachsprechen und glauben, was sie wollen. Aber ich glaube, das ist bei jedem YouTuber gibt es solche Leute. Ähm, aber das hat er auch gut dargestellt. Logan ist weg, die Kinder haben wieder einen freien Willen und sind wieder frei. Alter! Also, nicht nur gut produziert, sondern auch sehr aussagekräftig. Holy shit! Und ein guter Track auch noch. Also wir haben hier wirklich alles, was es bei Logan nicht gab. Aber gut, Leute, wie gesagt, äh, das war natürlich jetzt nur so zum Hypen und, ähm, ich finde, ich glaube, oder so kommt es mir so zumindest vor, das Case, ein sehr perfektionistischer Mensch ist und wenn er was macht, äh, dann soll es auch richtig sein. Zumindest, äh, hat er sich jetzt so entwickelt früher, ähm, hab ich es nicht so empfunden. Aber er macht auch noch nicht so lange so geile Musik. Ich glaube, das erste, seit zwei, vielleicht drei Jahren ungefähr macht er so, äh, professionelle Musik. Puh, Leute, auf jeden Fall sehr geil, Mann. Sehr geil, hat mir sehr gut gefallen. Ähm, wenn man das jetzt, äh, nochmal vergleicht, klar, Case, ein macht viel bessere Musik als, äh, ich würde sagen, 80 bis 90 Prozent der YouTuber, ähm, weil er für mich auch schon auf jeden Fall YouTube, YouTuber, Schrägstrich, Rapper ist. Ein, äh, einfach, es ist irgendwie dieser Qualitätsunterschied, finde ich. Ähm, das macht so ein, äh, das macht es dann zu einem richtigen Rapper aus, wisst ihr? Also, ja, doch, ja. Ähm, ja, ich hab gut überlegt, bei Lyon, würde man Lyon als YouTuber, Schrägstrich, Rapper bezeichnen? Ich weiß es nicht. Wahrscheinlich schon, er hat ein Album rausgebracht, ne? Ich weiß nicht, wann dieser Punkt kommt, ab wann man Rapper ist. Ist man bei einem Song schon Rapper? Oder erst, wenn, wenn man einen Track macht, der richtig, richtig gut ist? Ich weiß es nicht, Leute. Wann ist so dieser Spalt? Ähm, auf jeden Fall, sehr nice der Track, Musikvideo. Richtig geil, also, auf jeden Fall. Äh, mit das beste Musikvideo, was ich bis jetzt gesehen hab von KSI. Also, das von Creature war auch noch echt geil. Aber ansonsten würde ich fast sagen, war das mit das Beste. Ähm, wegen der Location. Die Schauspieler, die sahen sogar so aus. Sie hatten so diese markanten Merkmale alle, ähm, von den, äh, Freunden da von Logan. Ähm, textlich hab ich wirklich nicht viel verstanden, aber es tut mir leid. Also, Englisch zu verstehen ist eigentlich nicht so schwer für mich, aber so schnell gerappt ist, Englisch zu verstehen. Und, äh, teilweise auch dann mit, ähm, ja, umgangssprachlichen Wörtern oder irgendwie abgekürzen oder halt, äh, ein bisschen komisch betonten, wie es halt im Rap einfach ist, äh, war es für mich jetzt nicht möglich, alles zu verstehen. Ich hab ein paar gute Zeilen verstanden schon, aber jetzt hundertprozentig nicht alles. Verzeiht mir das. Aber, äh, flow-technisch war es echt stark. Es hat sich gut angehört. Und, ähm, ich hoffe auch tatsächlich, dass die, äh, Disc-Tracks jetzt nicht unbedingt weitergehen, aber dass, äh, Case I weiterhin einfach Mucke machen wird, weil ich mir seine Tracks echt immer gut geben kann. Und ich denke auch, dass er weiterhin dranbleiben wird. Ähm, dann bin ich gespannt auf morgen, Leute. Morgen ist der Fight. Äh, wie gesagt, ich schaue, ob ich einen Livestream mache. Ich denke eher nicht. Es dürfte zu viele Probleme geben, aber ich werde dazu auf jeden Fall meine Meinung kundgeben. Vielleicht mache ich ja, äh, das in Videoform einfach, wisst ihr? Dass ich dann, ähm, mich dabei filme. Ähm, und dann, äh, später habe ich einfach meine Facecam irgendwie auf YouTube hochlade und einblende. Äh, und dann dazuschreibe, was gerade passiert ist. Weil ich kann ja kein Bildmaterial verwenden, weil die, ähm, Case I und Logan meinten schon alles, was irgendwie in irgendeiner Art und Weise nur ein Ansatz an Bildmaterial verwendet wird, sofort, äh, gesperrt und gestriked. Kann ich verstehen, ist ein Pay-Per-View-Event, Leute. Gut, äh, ich schaue, wie ich das machen werde. Auf jeden Fall geiler Track. Diese Runde geht auf jeden Fall an Case I, logischerweise, Leute. Ähm, dann würde ich sagen, sehen wir uns heute Abend noch bei .MC. Bei, äh, Krixm soll heute rauskommen. Und Julien Bam, also haben wir noch drei Videos. Minimum vielleicht sogar noch vier, also heute mal wieder fünf vielleicht, Leute. Ich weiß es nicht, wir schauen, was rauskommt. Ähm, danke fürs Zusehen. Es freut mich sehr, dass ihr so aktiv am Start seid. Wir gehen gerade wieder steil durch die Decke. Also wirklich, Leute. Gestern, ähm, wieder 160 neue Leute dazugekommen. Ähm, wieder 30.000 Aufrufe gemacht, Leute. Support ist groß. Dankeschön dafür. Ähm, wie gesagt, checkt Patreon ab, wenn ihr wollt. Und ansonsten sehen wir uns auch noch morgen, ähm, und Sonntag wieder mit dem neuen JBB Battle und der Analyse. Das wird auch ganz nice, Leute. Bis dahin noch einen wunderschönen Tag. Habt's fresh. Und ciao. Alles ganz egal, man, ich bleib bei dir. Du machst dann nur Reactions, doch machst du die besten.